Für den Frieden, für den Weltfrieden mache ich das. Verreissen, Gelikonbücher und Nektobrecken für den Weltfrieden. Es ist symbolisch durch die sämtliche Waffen, Kriege und Ungerechtigkeiten. Verreissen oder Verbrechen für eine neue freundliche Welt. Das ist das Ziel. Nicht nur so ein Wettbewerb. 1.01. 1 Sekunden. Mal schauen. Unter 4 Sekunden. Gut, er ist zugenommen. Moment. Ich gebe jetzt die Anzahl. Super. Das war aber nicht hergegangen. Das waren keine 4 Sekunden. Bravo. Wer ist das zu? Das ist das Teil. Darum suchen Sie es. Wir haben noch einen Rekord.